Herzlich Willkommen bei S21 BAU TV. Wir sind im Turm und schauen auf das Baufeld 14 und da sehen wir wie der Steg mit Platten belegt wurde. Also das erste Element Richtung neuer Querbahnsteig. Und besonderes Highlight im anderen Video schon angesprochen, die Kelchblüte K2 wird betoniert. Da können wir ein bisschen ums Eck spickeln, aber da gibt es auch noch ein schönes Zeitroffer-Video. Danke fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, bitte Daumen hoch und wenn ich es verpasst bin, abonniert den Kanal. Jetzt bin ich doch ein bisschen durcheinander gekommen. Bis zum nächsten Mal, ciao.